Es wird Zeit zur finalen Begegnung mit Cyn. Die ganze... diese ganze Offensive hier. Irgendwie fehlen wir zwar noch fehlern Platz, aber irgendwas sagt mir. Es wird zum Kampf mit Cyn kommen. Wir sind bereit. Wird es? Meister Keenock, bitte. Es wird's von... Sin always returns für its spawn. To make sure we're going to encourage them to call out to it. You won't have to. It'll come. I remembered Oren telling me. Sin is my old man. Sin is Jekt. Oh. Es geht los. Die Schuppen von Sin werden... ähm... Ich glaub nicht, dass das geplant war. Oh oh. Ja. Das war so etwas von klar. Okay. Damit willkommen beim nächsten Boss-Fight. Ich würde jetzt ganz gerne mal... als allererstes hier die Element-Tambulle raushauen. Das ist unglaublich. Ich bin echt schlecht daran. Okay. Kimari. Können wir irgendwas von ihm lernen? Anscheinend nicht. Okay. Feurer. Mach erstmal hier den Arm weg. Okay. Der braucht halt... Verdächtige Bewegung. Ähm... Das ist jetzt blöd. Können wir... Wenn wir mit... Hast... Was... Ne. Können wir nicht. Geil. Gleiches Loop. Oh. Feuer. Aus kein Kopf. Okay. Perfekt. Das hat aufgehört. Ich würde ganz ehrlich sagen, dass wir erstmal hier ein bisschen anfangen zu sammeln. Weil der schon zauber... Einfach um Lu ein bisschen stärker zu machen. Ja. Ich meine es kann ja nur von Hilfe für uns sein. Zweimal sammeln, dann sollte es ja klappen. Gravitas. Okay. Walker. Du gehst bitte mal für... Auron raus. Und Auron mach mal bitte seinen Seismar. Jetzt wird es wieder lustig für mich. SD. X. C. Wow. Das hat gar nicht klappt. Das hat super funktioniert. Okay. Die Arme sind schonmal tot. Und jetzt ein Feuerer auf dem Kopf. Schon wieder eine verdächtige Bewegung. Okay. Der ist immun. Und wieder auf den Kopf. Gut. Das hat aufgehört. Minus. C. Die Huren toll. Aber der Zauberbräne hat super geholfen. Die Huren auch ganz schnell. Die Huren auch gut einflogen. Die Dörren. Hey, bitte mal, Owen, das kann der gute Waufen. Kann man den Magiebrescher verpassen? Nimo, natürlich. Boah, jetzt geh ich schon weg, du Scheißteil. Okay, das lebt immer noch. Hier machte ich eine verdächtige Bewegung. Jetzt komm schon. Feuer! Super, der Kopf ist weg. Alles klar. Und die Arme sind wieder klar dafür. Ja, dann machen wir die Arme nochmal weg. Der eine ist weg. Peter, einfach, das ist einfach am besten, glaub ich, für uns gerade. Ich würde aber mit Ludo ganz ehrlich nochmal sammeln, dass wir eigentlich nochmal mehr Magie haben. Ich würde die nächsten Zworn hüpfen können, die Arme. Oh, nochmal sag ich was. Wie sieht das jetzt aus mit dem Arm? Kann man den jetzt vorne hinten? Top, top. Beten. Das sieht gut aus, dieser Kampf. Augen wechsel ich jetzt nochmal mit Titus aus. Und dann verpasst du die Schuhe da auch nochmal einen hast. So, nur noch der Körper ist da. Sehr schön, du, oder? Du betest nochmal? Tidus, du haust mal deinen Salto-Yib raus. Wow, jetzt war der perfekt. 900 Damage. Haben oder nicht haben. Ich würde sagen, wir bringen den auf ca. 1000 HP runter. Und dann wird gefinished. Sehr schön. Ja, Yuna braucht nicht anzugreifen, das bringt nichts. Also, wenn er bei 1000 HP ist, dann hauen wir ihn einfach mit Ifrit Ekstase rein und sollte es das gewesen sein. Warte, was hat der für Text nochmal? Rekati? Hab ja schon fast gedacht, dass es nichts bringt. Komm. Wir gönnen uns jetzt mal. Aber lieber jetzt nur Fluna. Oh, Lu ist bald out auf MP. Ja, dann muss halt mal ein Elixier oder sowas her. Ich hab ein Ätherreich. Oh, Tidus ist tot. Sollte ich das gar nicht einfach mitbekommen. Demilisier steht er nicht auf. Engel? Jetzt kommt schon. Soviel. Wie lange kann er nicht mehr leben? Ähm. Okay. In Gravitas. Die Arme kommen aber nicht mal. Wieder. Oh. Jetzt, weil er gestorben ist, hat er natürlich kein Hass mehr. Äh. Beten. Und ein Feurer. Top. Erster Arm ist ab. Und wieder Gravitas. Ja, okay. Du verpasst hier jetzt natürlich wieder Hass. Wieder beten, dass Gravitas weg macht mit dem Gravitas Schaden. Jetzt kommt schon. Super. Kann man beten und wir sollten wieder auf der Höhe sein. Feurer. Oh. Und Lulu ist auch auf dem P. Dann greife ich jetzt einfach halt hier mit ihm an. Und du kriegst dann einen Äther. Und danach bretest du nochmal. Oh. Wir sind aber voll. Du? Du weißt, was du zu tun hast. Äh. Können wir noch... Macht der noch Schrauben? Wie viel hat der noch? 1600. Komm, verteidige jetzt mal lieber. Weil wenn Lulu jetzt noch einmal Feurer macht, dann ist er unter 1000 HP. Dann können wir ihn besiegen. Ja. Dann können wir ihn auf jeden Fall besiegen. Jetzt aber. Beschwören. Gifrit. Gifrit. Mach das Scheißvieh weg. Ich würde sagen, Ekstase. Inferno. Oh. Oh. Sehen wir auch mal die Ekstase. Boah. Alter. 3600 Schaden. 3600 Schaden. Perfekt. Ich falle dahin. Gut. Können wir schon mal wieder sichern gehen? Das macht damage. Und die Sin-Truppe ist tot. Boah. Leg mich am Arsch. Oh oh. Die Geisel ist mir ein Sinister. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Da bin ich mal gespannt. Ja. Das war ja klar. Das war ja klar. Das war ja klar, dass die Schuppenreste jetzt zum Angriff kommen. Ich bin auf. Oh, das war ja klar. Das war ja klar. Oh move noch mal. Oh. Oh oh. Oh. Oh oh. Oh 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 oh. Alter. Luna? Das Vieh lebt noch. Ich fass es nicht. Ja. Jetzt ist es Zeit für Runde 2. Und zwar mit der Gruppe Auron, Yuna und Seymour. Was kann Seymour? Da kann die Rare Zauber. Weiß Magie kann er Vitra sogar. Aber... Feuer war reich bei dem. Mach jetzt mal die Arme weg. Also MP sollten uns nicht ausgehen. Seht ihr schon? Top 991. Da Yuna noch Schaden hat. Beten? Oh, Auron hat sogar auch Schaden. Schaden. Schnee, Bodyguard nicht. Dann greifen wir mal den Armen an. Schöner Schaden. Nein, nicht Feuer. Feuer A. Aber auf dem Kopf. Wenn der schon mal weg ist. Weiß Magie. Veta. Heile mal Seymour. Gravita. Jetzt fängt das schon wieder an. Aber diesmal ist er geschwächt. Er hat nur noch halb so viel Leben. Okay. Arme sind ab. Jetzt ist er verwundbar. Man könnte meinen, dass der Kampf jetzt etwas schwieriger ist. Finde ich nicht. Wenn man einfach mal hier die Schadensquellen sieht. Die hier so ein Seymour raushaut. Also so 1300 an dem Körper. Das ist easy. Ich mach den jetzt mal auf. Ja, den greife ich jetzt mal an. Und das machen wir jetzt ganz einfach. Nehmen wir den Feuer. Und dann. Benutzen wir mal die Ekstase von Yuna. Meisterruf. Und zwar Ifrit. Hallo Ifrit mit Ekstase. Die Ekstase von Yuna. Sie ruft eine Bestia und hat sofort die Ekstase bereit. Und wenn sie die Ekstase schon bereit hätte. Hat sie danach nochmal die Ekstase. Und da wir den Schaden jetzt kennen. Können wir uns auch ausgehen. Dass wir ein vernichtendes. K.O. haben. Wenn er nur noch tausend angehe hat. Ja. Den Notfall hätte man sogar noch. So. Dieses Mal ist es scheiße. Aber wirklich tot. So. So. Seymour hat sieben Sphervo Level bekommen. Die er aber niemals benutzt. Seymour ist das leider nicht meins im Team. Und sechster Level 1 Sphervo Pässe. Und ein Dornstack. Und ein Dornstack. Na. Das Ende ist immer noch da. Oder. 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 Hier ist deutlich simpler. Guck. Oder. Und ein Dinos Oder. Guck. Bring ich auf dich. Das. Let's get'n. Einfach nur Grauenfall. Grauenfall ist das einfach nur diese schiere Zerstörungskraft von Sin. Alles in Ordnung, Titus. Okay, wir leben zum Glück noch. Junge, 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 Junge. Was ein Trümmerfeld. Es würde mich echt wundern, wenn wir hier noch jemanden finden, der überlebt hat. Und wir hören erneut das Lied der Astra. Suchen wir mal noch Überlebenden. Als ob er nur schlafen würde. Er hätte wohl keine Zeit Schmerzen zu spüren. Was ist passiert? Warum? Was? Was ist passiert? Was für eine Verzweiflung sagt? Was für eine Verzweiflung sagt? Alle, zurück! Ich versuche ihn! Du wirst es nicht schmerzen! Deine Macht sind noch zu schmerzen. Aber ich muss etwas machen! Nichts! Du kannst nicht! Das ist sein Vater! Aber es ist zacklos! Ich habe keine Ahnung, was ich zu denken, als ich nach Sin nach dem Tag ging. Bevor ich wusste, was ich zu tun habe, da bin ich. Er schießt ihn wie ein Thief im Markt. Vielleicht war ich Angst. Vielleicht wollte ich nach Hause gehen. Ich habe immer gedacht, zu Zanarkand. Und mein alter Mann. Was ist jetzt los? Wo sind wir? Geister? Hey! Das ist schon wieder dieser kleine Junge! Kater? Ne, Luz! Da ist der kleine Junge! Da ist der kleine Junge! Und letztes Mal! Haben wir gerade die Opfer der Offensive gesehen? Was? Was? Sie sagten, dass du nicht mehr praktisch bist. Sie sagten, dass du nicht mehr verletzt bist. Lass sie sprechen. Ich bin immer der Beste. Sie sagten, dass du nicht gut bist, weil du immer trinkst. Ich kann nicht trinken, wenn ich will. Dann mach es jetzt. Was hast du gesagt? Du hast gesagt, du kannst! Haha! Tomorrow, vielleicht. Warum nicht heute? Warum machen heute was du für morgen? Warum machen heute was du für morgen? Da geht er wieder. Lass ihn wieder. Lass ihn! Ich dachte, dass ich meinen alten Mann da sensierte. Da war es bestimmt auch an den Punkt. Oder es war es nur Sinns toxin, das meine Gedanken für mich. Pfff! 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 Wann wird es stoppen? Yuna wird nicht stoppen, nicht bis Sinnen ist weg. Es waren meine Gedanken dann, glaube ich. Ich sehe, dass du hier noch bist. Huh? Ja, unsere Geschichte geht weiter. Viele wurden beendet. Die Toxin, bist du okay? Ja, ich fühle mich nicht okay. Oh. Ein Rettungsgeräusch. Satisfied? Was bedeutet das? Die, die von Yevon verletzten, sterben. Während die Faithful leben. Die letzten 10 Jahre hat dich verändert, ich sehe. Du wirst nicht so gut sehen. Aber jetzt, mehr als immer, du musst du die Menschen sein. Deine Hoffnung. Aber du bist ein Summoner. Du bist die Hoffnung von Spira. Bis die Schmerzen wird, du musst nicht entschuldigen. Du verstehst? Ja, ich verstehe. Bist du Angst? Yuna, mach mich als deine Kraft. Als Yuna Leska hatte sie, Lord Zeon. Frau Yuna, bis zum nächsten Mal wir treffen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Sinmoor. Eine Heil-Potient? Und dann haben wir alle diese Leute, nur für eine Chance zu sehen, mich? Das ist das Sinnen. Er wollte das Ihnen zeigen. Do you know, warum? Wie soll ich wissen? So würde ich ihn töten? So lange er ist Sinnen, Jekt wird immer zu töten. Er will, dass du ihn verholtest. Du musst dich schocken. Wie wissen Sie das alles, insofern? Okay, wir haben heute so einiges erfahren. Viele Tote liegen hier rum. Ich würde sagen, ich beendet jetzt hier die mal wieder längere, länger gewordene Folge. Wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.